Ahoi und herzlich willkommen zum Sky Extra Screening der vierten Staffel von DAS BOAT. Ich habe mich mega gefreut, als eben von Sky Extra dieses Schreiben kam mit Glückwunsch, du hast gewonnen. Ich finde, das ist eine ganz große Sache von Sky. Die ganze Atmosphäre ist mächtig cool. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei den Karten und bei den Regisseur. Wir wünschen jetzt allesamt viel Spaß mit den ersten beiden Folgen der vierten Staffel von DAS BOAT. Die Erfahrung zu machen, gerade mit so vielen Menschen noch mal zusammen das zu sehen, im Kino, live, mit vorher noch mit den Akteuren zusammen, ist schon der Wahnsinn. Das Ganze war wirklich sehr eindriffsvoll. Total cool. Sehr aufregend und mitreißend. Vielen Dank dafür. Danke Sky.